Servus Bayernamt, bei mir sitzt der Andreas, grüß dich Andreas. Servus. Andreas, was tust du bei mir? Ja, meine Freunde wollten eigentlich, dass ich mich da mal her sitze auf die Single Couch und jetzt habe ich mir gedacht, gute Idee, heute ist ein schöner Tag und machen wir mal. Probieren wir einfach mal, dass wir deine Traumfrau finden. Genau. Magst du erst einmal ein bisschen was von dir erzählen? Ja, ich bin der Andi, ich komme aus Loham und spiele in Niederwinklingen Fußball und bin 24 Jahre alt. Was treibst du in deiner Freizeit, außer Fußballspielen? Ja, hin und wieder bin ich noch bei der Feuerwehr ein wenig aktiv, ein wenig zu karten Fässeln abklappen und so, aber überwiegend mit den Freunden beieinander einfach. Das heißt, dass man auf alle Fälle eine Frau soll, die auch mit deinen Freunden klarkommt, oder? Ja, die müssen wir schon finden, weil meine Freunde sind total speziell. Okay, das soll es aber selber auch so finden, wie speziell. Ja, ja. Wie stellst du deine Traumfrau sonst so vor? Nein, prinzipiell habe ich da wenige Anforderungen. Die muss einfach nur ehrlich und nett sein, das klang mir eigentlich schon. Das heißt, vom Ausstand her keinen besonderen Typen? Nein, überhaupt. Also wirklich nicht. Das ist ein Querbett. Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht da tragen kannst an einer Frau? Ähm, ob es irgendwas gibt, das überhaupt nicht. Ich sage einmal so, das Nervige, das ist halt einfach, das haben eine andere gezicke, das mag ich einfach nicht. Also lieber gerade raus und eine ehrliche Entspannte. Genau. So soll es sein. Wie würdest du eine Frau überzeugen? Wie würdest du eine Frau überzeugen? Puh. Du stellst eine Frage an. Scheiße. Wie würdest du sie überzeugen? Ich würde einfach sagen, ich bin der Andi und ich bin einfach so, wie ich bin. und den Rest musst du dann selber, da musst du damit klarkommen, entweder ist es so oder ist es nicht so. Ja. Das heißt einfach, du musst passen von Anfang an. Genau. Also das stellen wir uns schon vor. Ich denke mir schon immer, das muss gleich am ersten Blick passen. Ja, genau. Quasi Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich glaube schon an selbst. Okay. Wenn ihr auch an die Liebe auf den ersten Blick glaubt und wenn euch der Andi gefällt, dann meldet ihr euch bei ihm. Servus.